schön dass ihr interesse an dem thema habt schön dass ihr da seid ja noch mal herzlich willkommen genau ich bin stefan rotz ich bin jetzt seit zwölf jahren bei der aoe bin software architekt und begleite projekte tatsächlich so vom vom angebot vom ersten pitch mit neuen kunden über die zeit bis dann auch am ende bis zum projekt ende bis das irgendwie ja ausgefasst wird von was anderem abgelöst wird oder so habe schon viel gesehen und interessieren mich halt auch schon länger für das thema nachhaltigkeit grüne it und deswegen heute hier ganz kurz ein satz zu aoe wer sind wir eigentlich hilft auch so ein bisschen dann einzuordnen warum wir uns mit solchen themen beschäftigen ja aoe wir sind ein individuell software entwickler das heißt zu uns kommen kunden mit irgendeinem problem für dass es keine lösung von der stange gibt und wir schauen halt wie sich das dann lösen lässt im sinne des kunden dafür haben wir die passenden teams also talents wir machen enabling also wir beraten auch unsere kunden wir machen consulting wir schulen wir machen trainings und helfen halt dass wir da insgesamt zu einer guten lösung finden und tech natürlich wir sind technologie unternehmen aber wir wollen nicht nur hinterher laufen wir wollen auch impulse setzen jetzt ende des monats hoffentlich da arbeiten wir darauf zu veröffentlichen wir die siebte version unseres technology radars zum beispiel wo wir halt technologien die neu sind die den trend sind bewerten und auch schauen wie die zu uns passen und auch empfehlungen geben in welchem kontext die sich sinnvoll einsetzen lassen also das nur kurz zu uns vieles von dem was wir machen sind sogenannte web applikationen also das ganze läuft als als anwendung in irgendeinem rechenzentrum auf einem server und der user interagiert damit über seinen web browser deswegen ist natürlich unser schwerpunkt diese web apps web applikationen wir machen also keine klassische desktop software zum beispiel die jetzt auf einem windows pc läuft oder so das wären noch mal andere tools oder andere szenarien mit denen ich daran gehe wenn wir über nachhaltigkeit sprechen sprechen wir auch immer über gute software das ist eine folie aus einem training von uns über strategische software architektur es gibt qualitäts kriterien für software im englischen die sogenannten elitis weil die halt alle irgendwie auf eliti aufhören ein katalog davon ist die iso 25010 über software qualität hier mal so ein bisschen dargestellt also ihr seht nur hier testability portability also das ist alles irgendwas mit eliti und natürlich ist da auch in einer gewissen form die energieeffizienz drin das sehen wir hier die performance efficiency und insbesondere der bereich resource utilization also wer ist für ressourcen nutzt meine applikation eigentlich und wie effizient geht sie damit um und als kleiner randbemerkung dazu diese qualitätskriterien die schließen sich manchmal gegenseitig aus und da stehen in so einem gewissen widerspruch zueinander also ich möchte auf der einen seite vielleicht möglichst wenig ressourcen benutzen auf der anderen seite habe ich hier eine anforderung an hochverfügbarkeit und hochverfügbarkeit macht man klassischerweise indem man so ein ding mehrfach laufen lässt wenn ich was mehrfach laufen lassen obwohl ich nicht brauche bin ich möglicherweise nicht ressourcen effizient das heißt da muss man immer so ein bisschen gucken da schließen sich sachen gegenseitig aus aber das nur mal so am rande das ist also so ein problem mit dem ich als software architekt mich dann in meiner täglichen arbeit beschäftige und mit dem kunden diskutieren wollen wir das eine wollen wir das andere oder wo treffen wir uns denn in der mitte so jetzt wollen wir ja eigentlich wissen wir haben gesagt wir machen diese web applikation das heißt ich habe so eine applikation die läuft irgendwo in einem rechenzentrum auf einem server und ich habe einen anwender eine anwenderin mit ihrem endgerät die das ganze benutzt und natürlich interessiert mich doch erstmal ende zu ende was ist denn die emission von so einer transaktion wir machen viel im telco bereich also sagen wir jetzt ein kunde kauft einen neuen mobilfunkvertrag und dann interessiert mich doch eigentlich wenn der am ende auf bestellen klickt was hat diese ganze transaktion jetzt an emissionen verursacht was hat die an energie verbraucht was hat die mich gekostet da bin ich doch eigentlich daran interessiert da habe ich aber ein problem wir haben verteiltes system und noch so was komisches wie das internet dazwischen warum ist das ganze ein problem naja weiß ich denn wie bei jedem von euch zu hause das netzwerk aussieht ich meine ja wir haben alle irgendwie ein router der verbindet uns mit dem internet und irgendwie macht der auch wlan aber habt ihr einen route habt ihr zwei ich kann jetzt bei mir zu hause sagen wir haben so ein klassisches reihenhaus aus den 80ern beton decken dazwischen das heißt auf jeder etage muss erstmal ein wlan access point sein dass man da überhaupt internet hat in dem haus wie sieht das zugangsnetz aus über was geht ihr eigentlich ins internet über dsl über glasfaser oder über mobilfunk wie sieht mein rechenzentrum aus und wie ist so der ganze weg dazwischen ganz viele fragezeichen warum hat das so viele fragezeichen müssen wir ganz kurz ausholen wie funktioniert eigentlich das internet das internet ist per se eine sehr dezentrale struktur man könnte sagen ein netzwerk von netzwerken da gibt es viele einzelne netzwerke die gehören einzelnen providern einzelnen unternehmen die sind über schnittstellen miteinander verbunden und irgendwie kommen ja meine daten auch tatsächlich wenn ich eine webseite aufrufe von dem rechenzentrum zu mir da gibt es ein sogenanntes routing das da stattfindet das heißt irgendwo geht es los und dann finden wir einen weg über ein system und dann kommt das paket an sein ziel ist doch alles super jetzt gibt es aber nicht nur diesen einen weg es gibt auch noch einen anderen und vielleicht noch viele viele mehr und welchen weg die pakete am ende nehmen das entscheidet das routing protokoll dynamisch je nachdem wie viele hopps hier also wie viele sprünge dazwischen sind je nachdem ob hier ein system gerade etwas langsamer ist das heißt ich kann das total schwer voraussagen welchen weg die pakete nehmen und wenn ich nicht weiß welchen weg die pakete nehmen wie soll ich dann wissen wie viel energie das eigentlich kostet die pakete zu übertragen wir können sagen viele wege führen zum ziel oder nach rom welcher das am ende ist wissen wir nicht jetzt gibt es studien die sich damit beschäftigen und sagen naja zumindest für diesen kleinen teil hier also dieses ip core network und das was sozusagen mein datacenter daran anbindet und was zu hause meinen hausanschluss daran anbindet da kann man doch mal gucken und tatsächlich gibt es studien die sich damit beschäftigen und die haben ausgerechnet die ist etwas älter von 2017 dass ein gigabyte datenübertragung nur hier oben dem bereich 0,06 kilowattstunden energie braucht die haben auch herausgefunden die haben das beobachtet seit 2000 ja so grob gesagt alle zwei jahre halbiert sich dieser energiebedarf also wir haben jetzt 2023 wir dürften inzwischen deutlich weniger energie brauchen habe aber leider keine aktuellere studie oder keine aktuellere zahl dazu gefunden deswegen lasst uns einfach mal ganz naiv und einige machen das tatsächlich noch mit diesen 0,06 kilowattstunden rechnen wer letztes jahr schon da war der weiß dass ich mich trefflich über netflix streaming aufregen kann wenn man das in ultra hd macht dann braucht das ungefähr 7 gigabyte pro stunde das multipliziere ich mit 0,06 kilowattstunden pro gigabyte und komme also pro stunde netflix streaming auf 0,42 kilowattstunden energie nur dafür dass die daten durch das internet rauschen da ist noch nicht der server dabei von netflix auf dem der film liegt und da ist auch noch nicht mein endgerät dabei auf dem ich das gucke also nur mal so als randnotiz oder um es mal einzusortieren können was was heißt es denn eigentlich hier 0,06 kilowattstunden pro gigabyte hilft euch vielleicht das etwas konkreter zu machen ja das andere thema ist ich habe gesagt eigentlich interessieren mich ja emissionen emissionen da gibt es zum beispiel webseiten bei denen man sowas sich anschauen kann electricity maps ist eine davon da sehe ich zum beispiel im jahresdurchschnitt 2022 hat deutschland zu 49 prozent strom aus erneuerbaren quellen bezogen oder erzeugt das führt zu einem spezifischen was ist jetzt passiert was habe ich getan zu einem bestimmten wert an co2 emissionen pro kilowattstunde ja aber jetzt nehme ich mir mal einen tag hier aus dem august diesen jahres da war besonders viel wind da habe ich im tagesdurchschnitt 80 prozent regenerative energien gehabt und habe weniger als die hälfte an co2 emissionen wenn ich jetzt anfange emissionen auszurechnen dann mache ich das also häufig mit einer sehr großen unschärfe einfach ich nehme noch mal ein netflix beispiel wenn ich jetzt den durchschnittswert nehme komme ich auf für die stunde film auf 204 gramm co2 äquivalent wenn ich hier diesen besonders windreichen tag nehme komme ich nur auf 95 gramm und da ist einfach die frage was was interessiert mich denn also kann ich mit dieser unschärfe des durchschnittswerts leben oder mache ich zum beispiel die man shaping also ich schaue dass ich meine last dann ausführe wenn ich tatsächlich viele regenerative energien zur verfügung habe nicht über nacht sondern eher tagsüber oder so und deswegen haben wir uns dann entschieden zu sagen okay wir gucken eigentlich lieber nicht auf die emissionen sondern wir gucken auf den energieverbrauch ich habe es hier noch mal zusammengefasst die emissionen hängen halt stark vom eingesetzten energiemix ab und das andere thema noch mal wir fokussieren uns wirklich auf die applikation weil dieses ganze internet was dazwischen ist macht es einfach unglaublich kompliziert und solange wir da nicht konkrete zahlen haben von den providern oder so ist auch das eher geschätzt so also wir haben gesagt wir machen web applikationen das heißt wir sprechen einfach mal kurz über die energieeffizienz von webseiten und da hat der liebe daniel mich auf etwas aufmerksam gemacht passend zum bundesliga start hat nämlich acb studio eine kleine studie veröffentlicht und hat gesagt wie sieht es eigentlich aus mit der nachhaltigkeit der website der deutschen bundesliga vereine ihr müsst mir nachsehen ich bin kein fußballer aber ich fand das thema einfach interessant und es passte zeitlich total gut da rein und deswegen habe ich mir das mal ein bisschen näher angeschaut und wir gucken auch gleich im detail rein was haben die gemacht naja sie haben den sogenannten website carbon calculator genommen zeige ich euch gleich das ist ein dienst der einem sagt wie co2 wie viele co2 emissionen ein webseiten aufruf generiert und die haben einen dienst genommen der einem sagt wie viel aufrufe so eine webseite im durchschnitt pro monat hat und die formel ist dann ganz einfach der gesamt stromverbrauch ist die anzahl der aufrufe mal dem stromverbrauch pro aufruf ist doch eigentlich ganz einfach ja wie sieht das im detail aus ich habe hier mal sozusagen spitzenfeld und die abstiegs ränge und natürlich darf der größte und teuerste vereinen nicht fehlen weil man sich den auch mal kurz anschauen muss also was fällt einem auf bei dieser studie erstens die sortierung in dieser tabelle ist nach den co2 emissionen pro webseite aufruf und das ist schon eine ganz schöne spannbreite also hier darmstadt ungefähr faktor 10 im vergleich zu hoffenheim man könnte jetzt unterstellen die laufen vielleicht mit sap oder so sind besonders schwergewichtig wir wissen es nicht also erst mal die sortierung der tabelle nach wir schauen tatsächlich auf den individuellen seiten aufruf das ist aber für mich jetzt nur der eine teil der medaille deswegen habe ich das mal so ein bisschen nur kritisch hinterfragt es macht ja schon auch einen unterschied tatsächlich wie oft so eine seite aufgerufen wird und wir reden hier über einen faktor von 35 wenn ich hier so ein svdarmstadt 98 nehme im vergleich zum bayern münchen die haben über viereinhalb millionen aufrufe im monat und wenn ich dann tatsächlich das mal multipliziere hier dann komme ich hier auf einen energieeinsatz von 142.000 kilowattstunden im jahr das heißt der fc bayern wäre natürlich ganz klar schlusslicht in dieser tabelle aber wie gesagt die haben sich halt fokussiert auf die individuellen emissionen deswegen kommen wir zu dieser bewertung und bayern seht ihr ja diesen team mit knapp einem gramm tatsächlich in einem in einem sehr guten ja auf einem sehr guten oberen tabellen platz noch unterwegs so und ich habe gesagt wir wollen uns das mal kurz live anschauen das heißt muss ich jetzt wahrscheinlich einmal hier das vollbild beenden das heißt wir befinden uns in wiesbaden dass wir nehmen uns einfach mal die webseite vom svw in wiesbaden wie gesagt ich bin kein fußballfan aber das können wir durchaus mal tun dann gibt es diesen website carbon calculator was kann ich machen ich füge hier die url einer webseite ein dann ruft er die seite auf und juckelt da ein bisschen drauf rum und kommt erst mal zu einem ergebnis dann haben wir gesagt wir holen uns den website traffic auch das nutze ich das tool was die anderen kollegen benutzt haben und komme hier auf 54.700 aufrufe pro monat und hier die jungs beim website carbon calculator oder jungs und mädels tschuldigung die waren so nett und haben hier schon ein feld wo ich was ein tippen kann kann ich nämlich jetzt 7000 7500 100 was glaube ich könnte ein tippen und dann rechnet er mir aus dass das ein energieverbrauch von 5238 kilowattstunden im jahr entspricht und was auch ganz nett ist ersetzt das so ein bisschen im verhältnis dafür kann ich wasser für 271 tausend tassen tee kochen genau also das finde ich eigentlich so ganz nett was der einem noch so an an nebeninformationen mit gibt wie weit man mit seinem elektroauto fahren kann halte ich für ein gerücht die rechne mit 15 kw auf 100 kilometer aber die verbraucht das auto natürlich beim fahren ich muss mehr laden kann ich euch aus eigener erfahrung sagen also ich lade nicht 15 kw aus der steckdose um 15 kw zu verfahren das sind ein bisschen mehr aber das ist ein anderes thema so das was wir da gesehen haben kopieren wir uns jetzt einfach noch mal zusammen also wir haben es gesehen 2,93 gramm pro aufruf 50.900 aufrufe sind im jahr 4690 glaube ich habe da die falsche zahl eben eingetippt aber ihr glaubt es mir so damit kann ich den svw in wiesbaden jetzt hier einsortieren und sehe tatsächlich ich sortiere wieder wie gehabt nach co2 äquivalent pro aufruf dann landen wir immerhin auf einem guten vorletzten platz hoffenheim ist damit abgestiegen und sehen halt auch tatsächlich das ist eine webseite mit extrem wenig aufrufen aber ihr seht halt schon dass weniger aufrufe als darmstadt aber darmstadt deutlich effizienter also auch deutlich weniger energie die ich da im jahr einsetzen muss fand ich total interessant mir das mal anzugucken weil man lernt da auch ein bisschen was draus dieser website carbon kalkulator ich habe den im letzten jahr schon mal kurz angeteasert dass es den gibt also den gibt es schon wirklich lange diesen glaube ich inzwischen in der dritten iteration dieses tools das ganze ist sehr anwender innenfreundlich tatsächlich ihr habt gesehen man geht da drauf man tippt eine url rein und das teil spuckt einem irgendeine zahl aus das ist doch schon mal super man braucht also auch keine vorkenntnisse ich muss mich nicht damit beschäftigen wo jetzt die seite gehostet wird oder was auch immer und diese vergleichsgrößen aus dem normalen leben die helfen einem ja eigentlich auch immer weiter ist es manchmal so abstrakt wie viel kilowattstunden was heißt es denn wenn da steht keine ahnung dass davon kann ich so und so viele tassen tee kochen oder ein eu-bürger braucht so und so viel im durchschnitt im jahr wie viel tage kann denn ein eu-bürger mit diesem energiebedarf eigentlich sein leben bestreiten das finde ich total sinnvoll was aber auch auffällt das ganze ist eine sehr statische analyse also das teil ruft halt die webseite auf so wie das in web browser auch tut und macht aber nichts damit also das was wir machen e commerce also der kunde bestellt was der kunde geht in seine persönlichen daten ruft eine rechnung abändert eine adresse was weiß ich all diese dynamischen prozesse sind da gar nicht erfasst es ist auch beschränkt auf die startseite wir rufen tatsächlich nur diese eine url auf die wieder eingeben das ist halt in der regel die startseite die schauen wir uns an und dafür spucken wir irgendeine zahl aus und vieles von den zahlen die zugrunde liegen die der co2 verbrauch der energie verbrauch und so weiter basiert alles auf durchschnittswerten tatsächlich weltweit also und das ist natürlich sehr unscharf ich habe euch das versucht nahe zu bringen mit dem mit dem strom mit der stromerzeugung das heißt diese absoluten zahlen sind meiner meinung nach mit vorsicht zu genießen aber diese relativen vergleich also wie sind webseiten in relation zueinander zumindest jetzt für diesen statischen teil das funktioniert eigentlich ganz gut und man kann sich damit auch persönliche rankings bauen da wird es noch mal interessant aufgepasst ich könnte mich ja fragen bestelle ich lieber bei amazon oder bei otto wer ist denn da der nachhaltigere und ihr seht schon also amazon ist grün und otto ist rot ist doch eigentlich die entscheidung schon gefallen ja wenn man mal genau hinschaut seht ihr das ist hier gerade so ein blöder schwellenwert wir kippen hier irgendwie von 49 auf 50 prozent wegen 0,02 gramm differenz in den co2 emissionen das reflektiert aber die bildsprache nicht die bildsprache sagt mir eigentlich rot böse geweck grün super macht das von daher nettes tool meiner meinung nach dass man mit dem man ein bisschen rum spielen kann aber nicht mehr ja der zweite teil der mich interessiert wie energieeffizient ist denn eigentlich meine applikation die komponente die hinten auf dem server läuft das ist ja unser tägliches brot wir schreiben diese software die da läuft und natürlich will ich wissen wie verhält die sich eigentlich zur laufzeit und verrückterweise in vielen studien die sich mit diesem energieverbrauch von software beschäftigen passiert genau das wir schaffen uns eine laborsituation einen pc der einen ganz klar definierten zustand hat schließen den an strommessgerät an führen unsere software aus und messen den stromverbrauch das hilft uns aber nicht weiter weil muss ich auch wieder kurz ausholen wenn man sich anschaut wie sich das computing oder der betrieb von applikationen über die zeit entwickelt hat wir sind halt eigentlich weg von diesem da gibt es einen physikalischen computer der irgendwo steht und da läuft diese eine software drauf über die zeit wir hatten erst virtuelle maschinen dann container inzwischen so ganz abstrakte konstrukte wie function as a service also mein code läuft halt irgendwo wie der da läuft interessiert mich gar nicht ich will nur wissen dass der läuft das heißt ich habe irgendwie eine immer höhere abstraktion weg von dieser hardware so und spätestens also irgendwie hier oder spätestens da bringt es mir eigentlich nichts mehr so ein strommessgerät an irgendeinen rechner anzuschließen häufig weil der in bei einem cloud provider steht ich komme da überhaupt nicht ran also wie kann ich denn bei so einem system eigentlich den energieverbrauch messen und ich hatte vorhin gesagt container interessieren uns halt besonders weil die sich bei uns so als standard etabliert haben wie verpacke ich meine software dieser container ist ein guter kompromiss aus ich habe ich simuliere in vollwertigen computer oder ich habe sogar einen dastehen und ich habe so was ganz abstraktes wo nur noch code irgendwo ausgeführt wird der container gibt mir so ein gewisses maß an kontrolle an an testbarkeit diesen gut übertragbar auf andere systeme deswegen ist das halt aktuell unser mittel der wahl und damit beschäftigen wir uns und suchen halt auch ein tool mit dem wir uns diese tatsächlich manier anschauen können was da ganz nett ist ist das green metrics tool von green coding berlin das habe ich mir näher angeschaut und auch das möchte ich euch dann gleich kurz zeigen was macht das ja es misst tatsächlich den energieverbrauch und damit verbunden auch die co2 emission von containern die software selbst ist container basiert also die läuft schon mal in einem container und die arbeitet am ende auch mit containern ich kann die so wie wir eigentlich auch arbeiten mit mit code kann ich beschreiben was die tun soll ich zeige euch gleich ein beispiel keine angst davor es gibt eine benutzer oberfläche mit der ich auch interagieren kann auch die schauen wir uns gleich an und er kann metriken halt holen sowohl auf container als auch auf betriebssystem ebene das ist wichtig weil diese container engine also das ding was den container betreibt mir nicht alle werte gibt das heißt da sprechen wir auch am ende drunter bei den nachteilen hat dieses konzept ich brauche noch zugriff auf diesen server ich muss keinen zwischenstecker mehr reinstecken aber ich muss zumindest zugriff haben auf gewisse metriken die unten auf betriebssystem ebene halten zur verfügung stehen so was macht dieses tool ganz kurz einmal geschaut auch das gleich noch mal am lebenden objekt also wir messen erst mal wir messen dreimal tatsächlich das sind hier diese drei messgrafen wir messen einmal den zustand des systems wenn es im leerlauf ist wir installieren unsere software wir fahren die hoch wir messen dann wenn die software läuft aber noch nichts tut dann tun wir tatsächlich was und am ende fahren wir das ganze wieder runter also eigentlich ein sehr klar definierter prozess schön sauber abgrenzt und am ende bekomme ich metriken die ich mir anschauen kann so genau hier wird die applikation also tatsächlich auf ausgeführt ganz einfaches beispiel tatsächlich das ist die beschreibung eines einfachen test den wir gleich hier zusammen laufen lassen wir bauen uns einen container und wir führen in diesem container einen befehl aus nämlich einfach nur in last test der auf vier cpu kernen läuft für zehn sekunden mehr tun wir nicht und alles andere ist magie die im hintergrund passiert diese container hier die habe ich natürlich im echten leben anders gebaut da läuft da jetzt meine anwendung eigentlich drin die ich testen möchte und hier muss ich mir dann auch überlegen wie kann ich eigentlich in so einer laborsituation dann die last erzeugen die durchschnittlich auch von dieser anwendung bearbeitet wird wenn die tatsächlich live draußen läuft und kunden auf der unterwegs sind aber wie gesagt für dieses beispiel ganz einfach wirklich wir erzeugen einen container wir führen den aus und schauen uns am ende das ergebnis der messung so das ganze sieht so aus ich habe hier dieses green metrics to laufen das läuft in dem container man kann es jetzt relativ schlecht sehen leider und jetzt führen wir hier unsere beispiel applikation einmal aus das ganze dauert die zehn sekunden oder 15 sekunden die ich den last ist laufen lasse plus halt diese messungen im vorfeld und im nachgang wie gesagt wir gucken gleich im detail rein der wartet jetzt zehn sekunden bis das system wieder in einem ruhigen zustand ist jetzt guckt da ob wir den test ausführen können so erholt den container so jetzt läuft unser test das sind wir ganz hier unten also wir sehen es nicht weiß blau auf schwarz ist aber hier läuft dieses stress ng cpu 4 time out 10 der läuft jetzt gerade jetzt ist er fertig wir fahren das system wieder runter und sind fertig so im zweiten schritt rufen wir rufen wir dieses green metrics tool auf das läuft jetzt hier lokal auf meinem rechner hier ist unsere sfd ein demo applikation und hier ist der lauf von jetzt gerade 17 uhr 36 in den kann ich reinschauen die seite machen wir weg und hier sehe ich jetzt tatsächlich so ein paar fancy grafen die hier entstanden sind und ich sehe halt auch hier oben energiemetriken was mich jetzt wirklich interessiert und dafür mache ich gleich die präsentation wieder auf ist tatsächlich wie viel energie habe ich denn verbraucht dafür bekomme ich zum beispiel hier eine metrik wie viel energie die cpu tatsächlich fürs rechnen gezogen hat ich bekomme hier oben eine gesamten metrik nochmal der energie die und die anderen sachen tatsächlich jetzt hier wie viel weit der geschrieben hat auf die festplatte oder ob der die grafik prozessoren gebraucht hat das interessiert mich jetzt gerade in unserem use case nicht aber das tool kann das tatsächlich und kann auch komplexere applikationen betrachten so wir gehen zurück in die präsentation und schauen einmal kurz in diesen cpu grafen rein und hier sehen wir jetzt sehr schön tatsächlich das ist hier in grün markiert ich habe es aber noch mal kurz zum nachlesen diese sechs phasen also wir starten tatsächlich erstmal die messung des systems im leerlauf wir installieren die software die wir testen wollen und fahren die hoch und lassen das system wieder leer laufen dann führen wir den test aus und messen und fahren am ende alles wieder runter und dann sieht man das sieht man tatsächlich sehr schön hier sind unsere zehn sekunden last test und wir können auch schon sehen dass hier sind watt irgendwie so 12 watt ungefähr haben wir jetzt für zehn sekunden tatsächlich mal verfeuert zum testen so was bringt mir das ich wollte ja wissen welchen energiebedarf hat denn eigentlich mein container und dafür habe ich jetzt hier oben diesen grafen habe ich euch kurz gezeigt der mir insgesamt tatsächlich sagt wie viel energie hat die cpu gezogen und das sind jetzt 115 401 joule so müssen wir wissen magie betreiben diese 115 joule die einheit für joule ist watt sekunde das heißt wenn wir unsere 115 joule durch 3600 teilen kommen wir auf einen energieverbrauch jetzt für unseren testlauf von 0,032 watt stunden könnten wir jetzt noch durch 1000 teilen hätten wir kilowattstunden macht jetzt bei dem kleinen ding keinen sinn warum teilen wir durch 3600 naja es sind ja watt sekunden wir wollen watt stunden also 60 minuten mal 60 sekunden das war es schon und damit habe ich tatsächlich jetzt rausgefunden was mein container an energie braucht das heißt erstmal eigentlich doch cooles tool container basiert out of the box nutzbar heißt ich muss da gar nichts groß machen tatsächlich das ist beschrieben wie man das installiert das läuft gerade hier lokal auf meinem rechner kann ich mir einfach runterladen ist open source und ich habe diese grafische aufbereitung der ergebnis ist doch auch immer ganz nett tatsächlich mal zu sehen was dabei rausgekommen ist und wie man das vielleicht auch miteinander vergleichen kann probleme tatsächlich habe ich schon gesagt erstens und das ist ja sind beides für uns große probleme das erste ist tatsächlich ich brauche zugriff auf die maschine ich muss halt metriken auslesen vom prozessor oder so und das kann ich nur wenn ich zugriff habe auf die eigentliche maschine auf der das läuft und wir arbeiten halt inzwischen viel mit so ganz abstrahierten container orchestrierungs plattformen oder so da habe ich diese einzelnen maschine irgendwie gar nicht mehr so gut im griff dass ich tatsächlich an diesen metriken drankomme also da muss noch irgendwas passieren tatsächlich damit ich die so nutzen kann zweitens ich muss die workload simulieren weil ich mache ja kein echtzeit monitoring also das ding läuft jetzt nicht nebenbei und kann mir fortwährend zahlen ausspucken wie es was mein container eigentlich so macht während die echten kunden damit arbeiten sondern das ist immer noch so eine art laborsituation also ich führe das tool aus ich kann da was mit machen und kriegt eine messung aber wie gesagt das ist halt nicht die realität das ist nicht das was tatsächlich passiert ich kann da annahmen treffen kann entsprechende simulation machen aber ja das hilft mir also sozusagen noch nicht weiter für das was ich eigentlich wissen möchte oder was ich eigentlich haben möchte nämlich haben möchte ich ja kontinuierliche metriken ich möchte jederzeit da drauf gucken können und wissen so und so viel energie braucht meine applikation gerade und auch wenn ich was verändert habe wenn ich ein neues feature gebaut habe hat sich vielleicht der energie bedarf verändert und wenn er sich verändert hat warum also das muss ich mich ja dann fragen und mir vielleicht anschauen habe ich irgendwas gebaut was deutlich mehr energie verbraucht wo ich noch mal effizienter werden kann das heißt dieses tool tatsächlich ist ein cooler ausgangspunkt für weitere forschung und entwicklung also ich kann es jetzt so schon mal nehmen ich kann euch das zeigen ich kann da sachen mit ausprobieren aber ich kann das noch nicht in einem kundenprojekt produktiv einsetzen oder so da muss noch was passieren und ja ich finde es halt cool hier die kollegen von bitme sind heute da wir sind da partner in dem innovationsnetzwerk für digitale nachhaltigkeit und das ist so ein thema was uns halt gerade umtreibt was uns beschäftigt und wo wir vielleicht auch zusammen mit kunden weiter daran arbeiten werden dass wir hier in die lage kommen das zu machen wir haben vorhin gesagt wir sind auf einem weg als als aoe wir probieren sachen aus wir analysieren sachen manche dinge gibt es einfach noch nicht und von daher sind wir froh und gerne bereit wenn wir da beitragen können also nochmal kurz zusammengefasst worüber haben wir gesprochen wir können webseiten gut miteinander vergleichen mit tools eines habe ich euch vorgestellt diesen website carbon calculator aber mit vorsicht zu genießen was absolute zahlen oder absolute bewertungen einfach angeht und wir haben uns angeschaut der energiebedarf von applikationen da sind wir gerade auf dem weg da entstehen gerade tools da entstehen auch standards also es soll auch irgendwann mal einen blauen engel geben der zum beispiel solche applikationen bewerten kann aber das sind wir auch leider noch nicht aber wie gesagt wir sind dran wir sind interessiert wir brennen dafür und ja sind für diskussionen offen und wenn ihr noch fragen habt dann gerne fragen vielen Dank Applaus Vielen Dank.